Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, kurz ein paar Worte loszuwerden. Ich fasse mich kurz, wie Sie es gewünscht haben. Vor wenigen Wochen wurde in Deutschland ein Impfpass mit fünf Blockchains angekündigt und diese Ankündigung wurde wenige Tage später wieder rückgängig gemacht. Warum? Weil es eine völlig unsinnige Anwendung für Blockchains war. Professor Tibor Jäger hat dazu gesagt, das ist, als wenn Sie Käse mit dem Käsehobel schneiden könnten, aber stattdessen fünf Kettensägen nehmen. Es geht, aber es ist eben einfach unsinnig. Blockchains lösen genau ein Problem sehr gut. Das ist ein Konsensus ohne zentrale Autorität und der Schutz gegen retrograde Veränderungen. Also so etwas wie ein Kassenbuch oder eine Notariatsfunktion, dann wollen Sie eine Blockchain haben. Und dafür gibt es auch genau einen Anwendungsfall, digitale Währungen, damit niemand, auch nicht eine zentrale Autorität, Geld nachdrucken kann. Und dafür wird ein immenser Aufwand getrieben, mit diesem einen Ziel eine zentrale Autorität verzichtbar zu machen und nur dadurch wird der Aufwand gerechtfertigt. Und Blockchains sind eben die Lösung für dieses eine Problem. Und plötzlich, weil es eine Lösung gibt, wollen alle dieses Problem haben. Herr Boos hat das gerade schon sehr richtig gesagt. Digitale Signaturen und Datenbanken sind in den meisten Fällen die korrekten Lösungen für das Problem, das sie vor sich haben. Blockchains sind in vielen Fällen einfach nur Unsinn, weil Prüfende online sein müssen, weil eine Menge unnötiger Datenmüll entsteht, weil eine dezentral mögliche Anwendung auf einmal zentralisiert wird. Besonderer Marker für die Unsinnigkeit sind private Blockchains und jedes System, in dem es eine Hoheit oder ein klar definiertes Vertrauensverhältnis gibt. Man kann vieles mit einer Blockchain machen, aber in den meisten Fällen ist es einfach nur Unsinn, das zu tun. Insbesondere dann, wenn man wie ein Staat eine spezifische, zentrale und klare Autorität ist. Also bitte, bitte, bitte suchen Sie Lösungen für Ihre Probleme, statt sich Probleme zu einer Lösung zurechtzubiegen. Vielen Dank.